Unsere Vorstellung von Normalität, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt, wie nie zuvor. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt seit einer Woche zu Hause und eigentlich teilt mir die Auszeit ja ganz gut, wenn nur nicht diese Gesellschaft wäre. Weißt du, was der Mais und die CDU gemeinsam haben? Beide sind konservativ. Hier wegen Konserven. Sag doch mal. Ist hier irgendwo ein Politiker, den wir interviewen können? Ein Scheißgelaber, den wir auf den Sacken! Wir sagen uns jetzt auf drei, was wir fühlen. Okay. Eins, zwei, drei. Ich genieße die Zeit richtig mit dir. Ich will eine Paartherapie. Was? Hallo. Hallo. Schönen guten Tag zusammen. In China gehen ja jetzt gerade die Scheidungsraten durch die Decke. Also ich sehe an ihrem Lächeln, sie freuen sich auf jeden Fall, dass ihre berufliche Zukunft gesichert ist. Ich mache mir sowieso über meine Zukunft keinen Stress, weil erstmal Sexualität und Partnerschaft ist immer was, was ein Leben lang in irgendeiner Art und Weise Thema ist. Wir haben eine sehr deutsche Beziehung. Wir haben eine sehr deutsche Beziehung. Es findet einfach nicht statt alles. Also eigene Erziehung, Sozialisierung hat ja auch immer was mit der eigenen Sprachfähigkeit zum Thema Sexualität und Partnerschaft zu tun. Wie war es denn bei Ihnen? Wie wurden Sie aufgeklärt? Sind Sie aufgeklärt worden? Es ist mir voll unangenehm, dieses Gespräch zu führen, wenn du dabei bist. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn man sich in Zeiten der Quarantäne trennt? Wie wird der Hamsterkauf aufgeteilt? Gibt es da offizielle Regeln? Also ich kenne keine offiziellen Regeln. Das würden wir dann aber im Detail machen. Also dann würden wir Sie nochmal anskypen und dann jede einzelne Dose ins Bild halten und Sie würden dann sagen Köster oder Brugger. Vielleicht schaffen Sie es ja doch noch eben auch das Ruder umzureißen. Ja, danke schön. Vielen Dank. Dann viel Spaß noch in der Quarantäne. Das fand ich jetzt eigentlich eher so mittelhilfreich. Wollen wir nicht vielleicht jemanden anrufen, der sich wirklich mit Quarantäne auskennt? Denkst du auch an den Mann, an den ich denke? Herr Lauterbach, ich bin mit Fabian eingesperrt wieder. Um Gottes Willen, um Gottes Willen wirklich. Haben Sie einen Tipp, was wir noch machen können? Also mir scheint doch der Abstand zu klein zu sein. Also ich würde ja genau noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, jetzt genau. So ist richtig, genau. Sie haben sich im Homeoffice ein bisschen gehen lassen, Herr Lauterbach. Wo ist Ihre Fliege? Na ja, ich muss jünger aussehen. Meine Töchter mahnen an, die Zeit der Fliege sei vorbei. Es kamen so Begriffe wie peinlich und so weiter. Von daher bin ich etwas vorsichtiger mit der Fliege im Moment. Wenn Sie obenrum schon keine Fliege anhaben, wie sieht es dann untenrum aus? Und kein Kommentar. Wie vertreiben Sie sich denn die Zeit, Herr Lauterbach? Ich mache das, was ich am allerschlechtesten kann. Ich koche. Hausarbeit ist grauenvoll. Kochen ist grauenvoll. Was würden Sie sagen, ist schlimmer? Hausarbeit oder Politik? Also subjektiv ist die Hausarbeit schlimmer, objektiv die Politik. Weil Sie in der SPD sind? Ehrlich gesagt, die SPD spielt da noch eine untergeordnete Rolle. Aber das Schlimmste ist, wenn man sozusagen Politik machen muss von zu Hause. Dann kombiniert sich die Hausarbeit mit der Politik. Das gönnt man niemandem. Was hamstern Sie? Haferflocken. Also hamstern dürfen wir ja gar nicht. Aber wir sind eine große Menge für Vorrate. Also wir Politiker sind ja Vorbilder, wir hamstern überhaupt nicht. Wie viel Klopapier haben Sie noch? Also Toilettenpapier ist noch da, Klopapier ist noch da. Und dann sind da natürlich all die Berichte, die Zeitungen, die miesen Pamphlete, die mich auch während meiner Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz begleitet haben, die liegen hier noch etwas vergilbt. Aber ich wüsste, wofür sie zum Einsatz kämen, wenn das Klopapier also knapp würde. Viele Politiker gehören ja einfach altersmäßig dann doch zur Risikogruppe. Werden jetzt so harte Maßnahmen ergriffen auch, weil sie Angst haben, dass am Ende sonst nur noch Philipp Amthor übrig bleibt? Also wenn nur er übrig bliebe, das wäre tatsächlich eine Katastrophe für jedermann. Und das alleine würde die massive Einschränkung des öffentlichen Lebens, die wir jetzt vor uns haben, rechtfertigen. Aber es ist nicht der Moment, riesige Witze zu halten. Wie sieht es wissenschaftlich aus? Bringt es was zu lachen bei einer ernstzunehmenden Lungenkrankheit? Wenn man da was zu lachen hat, kann das tatsächlich der Immunarbeiter nur helfen. Also einfach weiterhin das Instagram-Profil von Andi Scheuer angucken. Ja, man darf aber auch beim Lachen nicht überdosieren. Das ist ganz klar. Das Profil würde da ein richtig schöner Risiko sein, wenn ich das richtig sehe. Was denken Sie, wie lange wird die Heute-Show noch senden können? Wenn die Zahl der Infizierten so schnell runterginge, wie die Qualität der Heute-Show, dann hätten wir die Krise im Griff. Ihr seid sicherlich nicht mehr lange auf Sendung. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Also ihr habt gesehen, Quarantäne ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich persönlich freue mich sogar auf ein bisschen traute Zweisamkeit. Alter, der Clip hatte ja wieder alles, du. Wahnsinn. Inhaltlich stark, Satire, Comedy Gold. Ich hab's noch drauf. Also, ich würde den Kanal direkt abonnieren und auf Gefällt mir drücken, wenn ich das nicht schon getan hätte. Das war wirklich stark. Junge.